Auf die Plätze, fertig, an die Bananen! Oh, das ist jetzt aber eine Matsch-Banane! Diese Bilder sieht man natürlich nicht so gern. Wird den Parcours heute irgendjemand bezwingen können? Oh, hey Luca! Wo warst du denn? Es gibt nichts zu berichten. Du gehst da wieder rein? Schon wieder? Das ist typisch, Luca. Unsere nächste Teilnehmerin ist Daisy. Auf die Plätze, fertig, an die Bananen! Wow, was für ein Start! Sie könnte Geschichte schreiben, wenn sie so weitermacht. Muss echt anstrengend sein, die ganze Zeit hier zu stehen. Immer nur gucken und lange warten. Ist nicht schlimm. Die Krone zu bewachen ist eine wichtige Aufgabe. Daisy fliegt quasi durch den Parcours. Aber kann sie Delilahs Rekord brechen? Na los, ich pass für dich auf diese wunderschöne, funkelnde Krone auf. Da mit dem schönen Teil nichts passiert, natürlich. Ist schon gut. Daisy geht immer auf Nummer sicher und springt durch den mittleren Ring. Ha! Nein! Eine Minute und sieben Sekunden! Sie hat es geschafft! Daisy ist unser neuer Champion! Holt den Mädchen die Bananenkrone! Diesen Lauf kann heute keiner mehr stoppen! Augenblick, was ist das? Wir haben heute ja doch noch eine Teilnehmerin und sie sieht aus wie... Delilah? Aber wenn sie dort ist, wer passt dann auf die Krone auf? Wir sehen uns, Kingdom-Versager! Das darf nicht wahr sein! Auf geht's! Dieses Kätzchen lässt sich nicht veröffentlichen. Aktiviere den Kick-Boost! Keine Sorge, ich greife sie! Oder auch nicht! Aktiviere Flug-Modus! Was? Wo ist sie denn hin? PJ, kannst du sie finden? Ich scanne, ich scanne... Hey! Sie hat das Signal blockiert! Warum hast du das getan, Delilah? Ich habe lange für den Rekord trainiert und du hast nicht auf meine Krone aufgepasst. Daisy, es tut mir leid, ich versuche sie zurückzuholen. Leute, das klären wir später. Envys Auto hat einen Unsichtbarkeits-Modus. Wir müssen versuchen, sie irgendwie aufzuspüren. Und die Bananenkrone! Bananen! Delilah, das ist es! Das ist eine super Idee! Danke, Daisy! Luca, wir müssen uns zu Alpha-Bot formieren. Sprocket, kannst du mir eine Kapsel schicken? Ich brauche etwas, womit ich Bananen abschießen kann. Oh ja, da habe ich genau das Richtige. Okay, Leute. Delilah übernimmt jetzt das Kommando. Kingdom Force... Der wird eins! Gleich geht's los, Leute! Jetzt machen wir uns an die Bananen! Juhu! Bananmanöver! Ah, Delilah, ich weiß, du bist wegen der Krone traurig. Aber können wir... Warte doch mal kurz. Das sind Geisterbananen! Äh, das ist Envy. Oh, richtig. Das war mir natürlich vollkommen klar. Mein Auto! Wie soll ich denn jemals diese schleimigen Bananen wieder abwaschen? Bis dann, Kingdom-Versager! Ah!